Und hiermit wünsche ich euch einen fabelhaften schönen Tag und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Story Mode. Ich finde dich immer noch unsympathisch, buh, buh. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich glaube, wir sind auch heute schon in der letzten Folge. Okay, und ich hoffe, es wird episch. What? Crazy walls? Hypixel, sowas like? Ja, ich glaube, ich bin familiar. Also, ich kenne die Regeln von The Walls. Genau, genau. Englisch nicht. Die Regeln von The Walls Ja, ja. Ich finde den irgendwie ein bisschen sympathisch. Adrian, I can't help but notice that our newcomer Jensen Reception has a disproportionate amount of dirt and gravel. Ich schaue mir die Mauer jetzt nicht an. Das ist unnötig. Wir haben Zeit. Gravel? Flintensteel vielleicht? Weiß ich jetzt nicht. Kommt drauf an. Okay, wir schauen uns doch... War hier noch was? Ja? Graben. Okay. Ich habe trotzdem noch die Wall kurz an. Wir haben ziemlich viele Blöcke. Momentan seht ihr... Seht ihr nicht? Ich gehe gleich zur Seite. Jetzt, ihr seht es? Ziemlich viele Blöcke. Und jetzt reden wir mit ihm. Und jetzt? Seems like they're happy you didn't get anything. Yeah. I think they're making fun of you. Which is my, you know, professional opinion. Oh my gosh. Do you really think so? That's terrible. Oh, wow. I mean, yeah. Could you not tell? I hate you. Oh, do you know what time... Oh, nee. Okay. Okay, okay. Wir sind alle tot. Wir sind sowas von tot. Wir sind sowas von tot. Wir sind sowas von tot. Lauf, 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 lauf. Das ist sowas von übertrieben laut. Die Amäason's Holzwerkzeug. Oh mein Gott. Nein, 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 wir wollen doch keinen Stress. Let's go! Let's go! Ich komme, also, keine Ahnung, ob das so rüberkommt, aber ich komme mir in den Aufnahmen teilweise ziemlich blöd vor. Guckt ihr euch das an. Aber wenn es euch gefällt, bleibt gerne dran. Niemand hat Angst vor dir, du bist ein Loser, Mann. Warte, 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 Adrian's the bully? Not us. Woo! That's a relief. Oh, imbecile! Slab! Slab! What should we do? Oh, oh, oh. I'm sure that the slaughter will be committed soon. Los jetzt! You're all such strong, amazing fighters. You could fight the old builders. Defeat them. No way. I am very strong, but not so much. Ach man, wir sind doch... Yep, that is some straight crazy talk. Not going with them, Slab? In my life, I've done some things I'm not proud of. But I won't work for bosses who use people or manipulate them. That's inconsiderate. Finish gut. Slab, I'm so proud of you. Let me finish. You made me late when I was just trying to do my job. And that was real inconsiderate too. And then you really rubbed it in my face. Reminded me I couldn't kill you. Hmm. Even though I really wanted to at the time. I think I need some time to be my own boss. I think it's time for us to finish this together. It appears all the competitors are headed towards the victory platform. As stated in our rules, anyone who is not eliminated may step on the victory platform and win the game. It looks like they are going to do this together. Right behind you, fearless leader. This wasn't the deal, Jesse. No, no! And they've done it! The competitive... Ho, did ah, ha! He, je, je, hoo! Ooooooooooooooo Ihr seid ne Schande. Ja. Sie haben die Atlas gewonnen. Otto, ich würde sehr vorsichtig denken, was du machst. Ich habe. Jesse, mit der Macht in mir, als Offizierer der Bildergames, ich bin stolz, Otto! Otto, Otto, was du machst? Jetzt hat es gut gemacht, wirklich. Aber ich denke, es ist Zeit, wir enden das. Whoa, das ist riesig, Leute. Was geht ab? Ist das falsch? Seltsam. Was ist los auf einmal? Komplette Eskalation. Let's go. Oh Gott. Das Cheating, hallo. Ja, jetzt wird's problematisch, würde ich sagen. Er kann fast bridgen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bäm. Ich bin Hälfte Leben. Oh Gott, du hast gewonnen, wie du hast! Aber du hast noch nicht. Aber wir sehen uns daran. Wir sehen uns über das. Ich bin das, Adrian! This game is... No! And that's our game, sports fans. The Redstone Heart has been returned to its proper owners. I lost. It's over. Oh, I don't think so. It's us. Yeah! I'm so happy to see you again. I know you said you were done helping me. But I hope you can give me another chance. You know, because I'm awesome. And we both need to get out of this. Ich bin voll legit. Es tut mir leid. Aber ich bin komplett überfordert und weiß gar nicht mehr was ab. Thanks for not doubting me. But I lost my inventory when I respawned. How am I supposed to get the Atlas back without any weapons or armor or anything? Well, we may have made a little stop in Hadrians Infantry room and helped ourselves to a few things. Das sind keine Waffen, aber ich nehm's trotzdem. Kein Thema. Uh. Hey, Suspenders. Over here. Tim's Armour. Let's see you now. Jetzt wird's episch. Now to pick a weapon to go with my sweet new armor. Was soll ich taken? Oh no. Sollen wir so klassisch kämpfen mit unserem Schwer? Ja, komm. Oh, nice choice. Hey, back to me. Wie wir es mit dem Wither gemacht haben, so werden wir es auch hier machen. Mit dem einzig wahren Schwert. Kann es sein, dass es ein bisschen laggt? Dass irgendwas überhaupt nicht stimmt. Wie kann das? Mann, ich will das nicht jetzt. Keller vielleicht. Es tut mir leid, aber ich seh so wiert aus. Es tut mir leid, dass das gerade so lange dauert. Aber irgendwas stimmt halt überhaupt nicht mit meinem... Egal, wir machen jetzt die Aufnahme fertig. Wird irgendwas umgestellt, glaube ich. Es tut mir leid, dass es nicht so gut ist. Ich habe etwas Besonderes in mir für sie. Adrian, Mevia. Diese Spiel hat nur in der Zeit. Na, nicht so schön. Du hast den Armour des Tim. Es ist Zeit für dich zu beherren. Bitte. Es wird nicht passieren, Schumpf. Oh, ich werde dich lieben. Ich werde dich verraten. Touch! Komm, let's go. Epischer Bosskampf der Welt. Yes. Ja, ich hab die Spitzhaken. Guess who's back. Find ich gut. Komm, komm, komm. Sack. Und hoch. Los geht's, komm. Tschüss. Tschüss. Ich wusste es. Du und deine schlussischen Beine. Es gibt keine Zeit für das jetzt, Mevia. Wir müssen rauskommen. Komm schon. Whoa, whoa, hey, 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 guys. How's it going? It's going not the best. And you're not going anywhere. Yeah. FaceMeet wants to discuss his benefits plan. Hang on, hang on. What? Jesse, you did it. Again. Feels like I say that a lot. I couldn't have done anything without all of you. Well done, Jesse. An excellent job. Uh, thanks, Otto. You have truly shown my friends and I the error of our ways. I'm glad to put this whole messy business behind us. Start over. Correction, Otto. We all showed you the error of your way. Uh, yes, I suppose you're right. You all showed us. And you all deserve to go home. Ah! Ah! No! You have fairly defeated them. Seems only fair that you get to decide their fate. And with the Atlas, you can send them anywhere you want. Hmm. You know, there was this game that Olivia and I used to play back in our treehouse. Huh? Remember? We called it Which Would You Rather Fight? And that's when I yanked Pama's Redstone Heart right out. RUGH! And the whole thing shut down. Man, you guys have had some crazy adventures. So many people trying to kill you. Goodbye, Jesse. Goodbye. Thank you. That all of them? Everyone that wants to go home anyhow. Except you folks, that is. I can't believe how many competitors actually want to stay and keep playing the games. Thanks to you, my intrepid new friend, I can actually work on making them fun again. Very exciting. It'll be more challenging just by myself. But a good challenge. That's what I do. Exploring new worlds, helping people wherever I go. I was happy to help. Well, I'm very grateful. What you did won't be forgotten anytime soon. I'm bummed my journal never showed up. Had a lot of good stuff in there. Yeah, I'm sorry, Lucas. Well, Em, how about you? You said you wanted to go home, right? Yes. I just can't decide if it's what I want. You get to leave and go on more adventures. Do I really want to go back to farming? I mean, it has been ages since I've seen it. And I miss my friends. But... What if I'm bored? Sounds like Otto's gonna be, you know, like, we're starting the games. You could stick around and help with that. Jesse, that's an awesome idea! We can actually make them fun! Maybe I can be head gladiator. Yeah. Thanks, Jesse. I needed that. Hey, Ivor. Oh, hello! What you doing? I was just observing Harper. All by herself. Over there. She seems lonely. Come on. Hey, Harper! Oh, hey, Jesse, Ivor. I was just watching folks head on home. Oh, things really worked out, huh? Well, I guess this is goodbye. Truth be told, not really sure what I'm gonna do with myself. Crown Mesa was the closest thing I've had to a home in a long time. And, well, clearly they don't want me back. So now I'm kinda, well, without a home. You could always come with us. Yes, that's a lovely idea. Nah, that's real sweet of you and all, but I can't just keep tacking myself on to other people's lives. It's time for me to find my own world, my own home. Try to make up for the not-so-good things I've done. If my experience is any indication, you'll probably still be haunted by nightmares for a while. Waking terrors. Guilt sweats. Don't worry. It'll all pass soon. You are a strange, strange man, Ivor. But you know something? You're okay. Take care of each other, all right? And I'll see you around. Bye, Harper. Yes, goodbye. Come on. You're amazing. So, how do we get home now? Well, the Atlas belongs to Jesse now. Deal's a deal and all that. Sweet. Uh, how does it work? Now, you just say where you want to go, and the Atlas will show you the way. Why don't you just go ahead and open it? Okay, Book. Take us home. Whoa. Spectacular. Incredible. Nice. There it is. Home. Figure it's about time we get heading on home, huh? That sounds awesome. Yeah! Home, here we come. Jesse, look. Can you believe it? We made it, we're home. After all that time, all those portals, we're home. Yeah, and I couldn't have done it without you guys. You're the best team anyone could ever ask for. Aw, that's lovely. Ah, you big sap. I'm just so glad we're all back together. That Atlas is so cool. I'm glad Otto let you keep it. Fabulous, yes! And that's not all we got. Seriously? What else did you get? Yeah, show him, Jesse. Ich hab keine Ahnung, was ich nehmen soll. Der Kürbis war... Ich nehm einfach das, wo ich die Episode am besten fand. Und... Würde, wenn wir es gespielt hätten, das sein. Aber, wir nehmen das hier, weil ich fand diese YouTube-Dings extrem cool. Die Maske von Cassie Rose, a.k.a. The White Pumpkin. Oh man, das ist sogar creepierer looking, als ich erinnert habe. Achso, wir können alle. Ja, okay. The Portal Atlas. I could have lost all the rest, so long as we got to keep that. Ha! I wonder what Sorin would have thought of it. So much power contained within such a tiny... Whoa! Easy there, Ibor. Mm. Sorry. Palma's Redstone Heart. I know that Palma was evil and everything, but I still kind of wish I could have seen it. The crown of the Eversource, the magical source of all of Sky City's precious materials. Whoa, wicked! The enchanted Flint and Steel. The one that started the whole thing. Yeah, none of these other adventures could have happened if it weren't for this. I can't believe you got to do all those incredible things. Makes sense, though. You were gone a long time. Wait till we show you all the improvements we've been making to town. Hang on. What is it? Wasn't that where the Portal Atlas was a minute ago? Yeah, that was definitely where you put it. Guys, Flint and Steel are missing, too. And where's Ivor? He must be headed for the Portal Network. Is that bad? What should we do? That's all right. He went on just as epic a journey as the rest of us. If he wants to dive right back into the Portal Network. Well, I think he's earned it by this point. So, you think we should just let him go? Yeah, I do. Come on, guys. Let's go home. Ja, okay. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, willkommen zum ersten Mal bei den Credits. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich habe mir schon die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht, wie ich dieses Game einsortieren soll. Langlistenmäßig. Wie viel Prozent ich dem Spiel gebe. Ich weiß es nicht. Ich habe zuvor halt noch nie ein Spiel gespielt, was dieses Prinzip entscheidet dich. Dadurch verändert sich die Story. Sowas. Sowas habe ich vorher halt noch nie gespielt. Es hat ja auch kleine Passagen, wo ihr euch selber frei bewegen könnt. Eben sowas habe ich halt noch nie gespielt. Deswegen weiß ich noch nicht so ganz, wie ich es einordne. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schade, dass Episode 7 nicht funktioniert hat. Falls ihr die noch sehen wollt, schaut da einfach auf YouTube. Bei mir funktioniert das scheinbar nicht. Ich habe es ja mehrere Male probiert. Ja. Auf jeden Fall. Es hat mega viel Spaß gemacht. Die Storys waren gut ausgearbeitet. Aber was kann ich noch sagen? Keine Ahnung. Also meine Lieblingsstory war die mit diesem YouTube-Haus und diesem Förder. Fand ich echt, echt gut gemacht. Auch so was den Creepy-Heizgrad angeht. Auch immer den Gruselfaktor. Also es war schon immer ein bisschen unbehaglich, da rumzulaufen, nachdem jemand gestorben ist. Es war auch immer sehr überraschend. Also es hat sich auch nicht wirklich was wiederholt. Es war immer was Neues. Es war immer sehr innovativ. Und ich muss sagen, es war cool. Dafür, dass das Zusatzepisoden sind, die halt auch noch mal jeweils Geld kosten und so, sind sie ganz gut gemacht. Ja. Ich würde sagen, wenn ich das auf einer Liste einordnen müsste, 60%. Was mich halt stört, ist, dass es halt, ja, ist halt, man hat nicht, die Story ist halt fix. Wir werden am Schluss immer siegen und lebendig zurück nach Hause kommen. Und das ist, finde ich, ein bisschen total klar. Der Zwischenverlauf kann sich immer ein Stückchen ändern. Aber ich fände es halt besser, wenn es verschiedene Endings gäbe. Wenn es heißt, yo, du bist jetzt halt tot. Ende. So? Weiß ich nicht. Die uralten Bilder haben überlebt und machen weiter. Aber du bist dann gekommen. Wenn es halt einfach verschiedene Endings gibt. Das fände ich noch cool. Deswegen gibt es 70%. Wir wollen mal nicht fies. 70%. Und dann verabschiede ich mich. Wenn euch das Ganze gefallen hat, positive Bewertungen. Kauft euch das Game. Stimmt unten Instant Gaming. Bis dann. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020